Liebe Leipzigerinnen und liebe Leipziger, mein heutiges Thema Gute Bildung für alle. Für Die Linke und mich als Kandidat heißt das kostenfreie Bildung in der Krippe, Kita, Schule und Hochschule. Das heißt außerdem keine befristeten Beschäftigungen von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern und Hochschullehrern. Bundesweit müssen Abschlüsse vergleichbar sein. Inklusion bei der Bildung ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Deshalb zur Bundestagswahl am 24. September 2017 Erststimme für Sören Pellmann, Zweitstimme für Die Linke.